Hallo Leute, wie geht's euch? Gut, hoffentlich. Wie ihr ja sicher alle wisst, habe ich ja ein Let's Play, Super Smash Bros für Wii U Online, daneben noch Sucht die Spagen und Schlag die Schweizer mit Björn gegen euch. Und weil ich jetzt in Smash Bros Online, also mehr in Hard auf Hard 1x1 gehen möchte, habe ich mir eine kleine neue Rubrik ausgedacht. Nein, ich bringe nichts Neues an in dem Sinne. Ich mache das Ganze natürlich bei Smash Bros Online. Und das ist folgendes. Das Smash Bros Online Tippspiel. Und wie geht das? Ganz einfach. Ich kämpfe in jedem Part fünf Kämpfe gegen eins gegen eins, Hard auf Hard gegen andere. Und ihr könnt tippen, wer gewinnt. Gewinne ich oder gewinnen die anderen. Das heißt, bei fünf Kämpfen gibt es Best of Five. Das heißt, wer mehr als drei Kämpfe schafft, gewinnt. Und ja, mehr dazu muss man eigentlich nicht sagen. Was ihr gewinnen könnt. Ja, ich denke, wenn ich da jede Woche ein Tippspiel mache, würde mir langsam die Spiele ausgehen, die ich zu Hause habe. Deshalb geht es erstmals darum, dass ihr entscheiden könnt. Schreibt doch in die Kommis. Schreibt doch in die Kommis. Ihr könnt gleich auch mal schreiben, wer am Mittwoch wohl gewinnt. Ich oder die anderen. Also beim Tippspiel. Es ist eine Fifty-Fifty Chance. Wer gewinnt, ich oder die anderen. Ich werde immer fünf Kämpfe spielen. Das ist mal sicher. Gewinnen könnt ihr erst mal. Ich würde mal vorschlagen, ihr könnt erst mal gewinnen, dass ihr gewählen könnt, wen ich nehme. Ja? Also bei einer Fifty-Fifty Chance, glaube ich, ist das überschaubar. Und wenn ihr bessere Vorschläge gebt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ihr könnt auch schon einen Tipp abgeben. Ich werde ganz mal anfangen mit Link zu spielen. Fünf Kämpfe. Die ersten fünf Kämpfe im nächsten Part. Also. Tippt. Ihr könnt natürlich auch gegen mich tippen. Ich bin da nicht böse. Es ist ja das Tippspiel. Ich weiss, dass ich nicht der beste Smash-Pro-Spieler bin. Das legt uns keine Ziele weg. Aber wenn ihr gegen mich tippen wollt, tut das. Wenn ihr für mich tippen wollt, tut das auch. Es ist einfach eine Fifty-Fifty Chance. Ist ja klar. Also gut. Ich freue mich drauf. Bis dann. Tschüss.